1, 2, zack, zack, geht genau auf, verdammte Scheiße, wie geplant, haha, jetzt haben wir den Stein hier raus, den Stein raus, und das ist auch sowieso raus, so, da müssen wir noch Erde rein, außer, da kommt ein Koppelstein dran, als Fundament, sozusagen, so, so, dann machen wir hier, dann läuft die Erde hier so entlang, müssen wir uns noch Erde holen, Erde, sieben Erde, lang bei weitem nicht, so, der muss auch weg, dann machen wir es einfach mal so, Moment, und, äh, den hauen wir auch mal weg, so, gut, äh, jetzt, äh, Erde, 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 so, ja, und dann wird das hier so, quasi, ne kleine, hier, so, ein dunkles Hafeneck, an dem man mit Drogen dealen kann, und so, ne, hab ich mir so voll fest vorgenommen, da unten, sieht jetzt noch nicht so schnieke aus, aber, das wird, so ein dunkles Hafeneck, das wird auch nicht großartig beleuchtet, einfach damit man sich hier so schön, äh, die Geschäfte organisieren kann, und so, 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 und da oben, äh, warte, das muss dann natürlich auch noch, warte, warte, das war, das da, so, so, und hier, da können wir dann, äh, runterbauen, und dann machen wir da so eine kleine Höhle hin, und dann habe ich mir überlegt, machen wir da unten ein Portal, unser erstes Portal rein, unser erstes Portal, wir haben ja genug Obsidieren, aber, das machen wir jetzt nicht, das machen wir, nach der Höhlen-Tour, oder so, weiß ich noch nicht, denn dann holen wir uns da auch Glühsteine, und mit denen machen wir dann unsere schönen Leuchten, das bauen wir schön tief, dass man oben das Portal nicht die ganze Zeit hört, so, 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 da habe ich mir überlegt, und zwar dann ungefähr hier, hier, das, äh, hm, äh, ich glaube auf welcher Höhe, ja, ich glaube so auf die Höhe, äh, da müssen wir hier dann, das muss mal weg, so, und hier geht dann ein Steg nach draußen, würde ich sagen, machen wir den Steg, bin ich schon voll bepackt, ich bin voll bepackt, das gibt es ja gar nicht, äh, scheiß Spinnen Augen, schmeiß mal weg, so, da geht dann hier erst auf die Ebene, nach unten, äh, und hier so hin, so, und den, ja, genau, so, der geht dann da so entlang, geht die Treppe runter, und dann geht er dann da so raus, und dann können wir da immer schön angeln tun, so, und unser Lagerhaus nimmt Gestalt an, und mir gefällt es, ich, äh, kann es gar nicht oft genug wiederholen, Lala, tja, tschakka 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 tschakka, bah, so, eieiei, und also, die nächsten Folgen sind, äh, durchgeplant, kann ich euch sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll, Schmiede, Hafen, Leuchtturm, Berghütte auf dem, äh, krassen Berg da vorne, dann die, die Abholzhütte, wir haben noch das, ähm, Berg- und Taldorf, was hinter der Hügelkette da ist, was ich mal erwähnt hatte, wo die, äh, ganzen Hügel sind, da könnten wir auch so ein geiles Dorf reinbauen, mit vielen Brücken und so, äh, die Werft auf der anderen Seite vom Hafen, also, wir haben noch einiges zu tun, so, mach ich das auch mal schnell noch, wenn wir schon dabei sind, fünf Minuten habt ihr ja noch, so, huch, das war jetzt zu viel, so, 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 und so, so, hier muss ja dann alles mit Erde aufgefüllt werden, deshalb frage ich mich auch gerade, warum ich die Erde gerade weggemacht habe, aber der Stein muss weg, so, gut, und dann haben wir das hier, finde ich geil, wie der Schatten hier von dem Pfosten da hinten so reinfällt, hey, genau so habe ich mir das vorgestellt, so, und dann, komm, dann laufen wir mal hier so, gucken uns unser Werk nochmal an, laufen wir hier über den Hafen quasi, das macht, das mit dem Pfosten würde ich hier unten übrigens auch gerne machen, und dann würde ich nämlich auch hier so etwas tiefer reingraben, dann müssen wir dann sowieso noch das Wasser aufschütten, und, äh, dann hauen wir da auch so Pfosten hin, so voll Pfosten, Alter, huch, äh, so, guck mal, ist das Eisen, ich glaube da das Eisen, ja, 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 verdammt, wir sind schon wieder voll, so, und dann würde ich nämlich hier auch so Pfosten reinjagen, so, dann eins, zwei, dann gehen uns die Pfosten aus, ganz tolle Wurst, und hier müssen wir natürlich dann auch noch, ähm, tja, müssen quasi den Boden hier noch zumachen, damit wir das Wasser bis hier ranholen können, weil wir, oh, das sieht auch geil jetzt aus mit dem Licht hier, oder, extrem cool, das würde ich jetzt gerne mal da vorne sehen, Moment, ist das geil, also mir gefällt das mit den Schadern hier, total geil, ach, guckt euch das mal an, ist das nicht schön, so wie die Kuh da auch im Wasser hoch und runter geht, richtig schick, also mir gefällt's, ach, toll, 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 kann ich gar nicht oft genug sagen, so, jetzt gehen wir mal in die Haia, und dann haben wir, ja, hier das Lagerhaus ganz schön nach vorne getrieben, dann, äh, gehen wir mal in die Höhle des Grauens, oh, die Tür muss zu, die Tür muss zu, alter, so, hier könnte eigentlich noch ein Licht hin, so, und hier, ich lasse mich schon wieder ablenken, ne, verdammt, so, Moment, 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 gleich, gleich habe ich es, gleich habe ich es, so, wuff, da, bellen die Hundis, so, jetzt haben wir doch da noch, ja, haben wir doch alles dabei, da, Junge, du, haben wir alles dabei, hier, so, zack, zack, äh, scheiße, so, 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 so wird das, so wird das, so wird das, nix, verdammt, so, ich merke gerade, ich werde ruhig, äh, Ich glaub, äh... So. Ne, aber wir wollen ja noch in die Höhle reingehen. Äh... Ja, davon hab ich nicht mehr genug. Gut, jetzt gehen wir schnell in die Haya-Popeya, dass sie da hell wird. Ja, kann man so lassen, oder? Die Musik sagt ja, mit dem, äh, extrem heißen Beat, Alter. Mit Chiana Sisters. Juh, juh, juh. Und wenn hier noch der Leuchtturm steht, dann bin ich glücklich. So. Extrem geiler Beat, Alter. Gute Nacht. Schlaf schön. Aufstehen. So. Und jetzt machen wir uns fertig auf den Weg zur Höhle. So, da waren wir schon lang nicht mehr drin. Nochmal gucken. Aha. Mhm. Ah ja, sehr schönes Bau... Ey, Lagerhaus. Sehr schönes Lagerhaus. Mir gefällt's. Yeah. Oh, scheiße. So. Dann lagern wir im Lagerhaus mal alles aus. Das ist quasi so eine Geheimkiste. Was tun wir denn da rein? Äh. Ich hab noch sechs Kisten. Lang, genau. Ja. Juhu. Gut. Ähm. Hier, Erde. Erde nehmen wir mal ein bisschen mit. Man weiß ja nie, wo man sich hochbauen muss. Äh. Jupp. Hier ist Coplets da unten drin. Dann hauen wir gleich mal in den Ofen. Äh. Ich hab doch hier irgendwo... Ja. Hab ich. Und dann machen wir das nämlich immer so. Ähm. Moment. Und... Ah. Ich find den Beat extrem cool, muss ich sagen. So. So. Jetzt haben wir hier noch ein 64er Stack. Das ist natürlich nix. Hab ich denn? Was hab ich denn hier schon drin? Aha. Kies und so. Und da. So. Aha. Sand. Mhm. Und da. Noch nix. Und da. Blumen. Aha. Dann können wir auch die Saplings reinpacken. La 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 la. Warte mal. Hier. Werkzeuge und Waffen. Und dann kommt hier oben ne Kuschelkiste hin. So. Ne Kuschelkiste. Da kommt alles rein. Fichtenholzbretter. Warum hab ich eigentlich Fichtenholzbretter? Ach so. Ich wollte es. Ah ja. Okay. Seh ich ein. Seh ich ein. Du. 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 So. Äh. Davon brauchen wir ein bisschen Waffen. Und hier können wir ja auch ne Kiste quasi hinmachen. Irgendwo. So. Und dann machen wir hier mal einfach mal ne Ofenwand hin. Zack. 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 Räusper, Räusper. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so abgehört. So. Befeffern wir das mit acht Kohledingern. So. Wir werden noch Steine brauchen. Wir müssen den Hafen noch weiterziehen und so. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier. So. Du, du. Das hauen wir mal so rein. Da bin ich jetzt nicht geizig. Nicht geizig. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh, das waren fünf. So. Wie viel, äh. Eins der Kammer noch. La, 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 la. Äh. So. Äh. Dreh schon langsam durch. Äh. Ja. Gut. Dann kann das da vorsichtig hin brutzeln. Erstmal. Erstmal. So. Äh. Jetzt haben wir hier. Da haben wir ja sowas drin. Dann hätten wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kisten für Copplestone. Pff. Komm, dann machen wir hier hinten einen normalen Stein rein. Den da zum Beispiel und, äh, den da zum Beispiel. Den machen wir mal oben hin. Ne, Quatsch. Das machen wir so. Und unten kommen dann die Erzeugnisse da raus hin. So. So. Erstmal. Erstmal. Immer erstmal. Ich höre immer nur erstmal, erstmal, erstmal. So. Und, äh, da kann ich dann eigentlich Holz reinmachen. Warte, guck mal, das haben wir sechs Kisten Copplestone. Sechs Kisten Copplestone. Äh, dann kommt hier ein normaler Stein, Sandstein und sonst irgendwas. Und dann machen wir hier mal die Holzreihe hin. Ne Holzreihe, aber wir nehmen ja Holzreihe hin.